Wilhelm Busch, die kleinen Honigdiebe Du, sagt der Peter zum Hansel, gehen wir nüber zu dem Nachbarn seinem Bienenstock, der ist obenauf, voll vom schönsten Honig. Und richtig, sie gehen nüber und begucken lüstern des Nachbarn Bienenstock. Den werden wir gleich haben, sagt Peter, packt den Bienenstock und hebt ihn. Aber im Nu spürt jeder von den zwei Schleckern einen Stich auf der Nase, der nicht von ungefähr zu kommen scheint. Ha, ha, sagt der Nachbar, der auf das Zetergeschrei herbeikommt. Habt ihr es gemerkt, wie es beim Honigstehen zugeht? Jetzt lauft nur heim mit eurem Denkzettel. Und einen ordentlichen Denkzettel haben sie davon getragen, so dass keiner mehr den anderen gekannt hat. Und die Mutter hat geschaut, wie sie heimgekommen sind. Der Vater hat erst gewaltig gezankt, dann hat er aber helfen wollen, allein es war umsonst, und die zwei haben allweil geschrien, als ob sie am Spieße stecken. Jammernd saßen sie vor ihrem Lieblingsessen, einer Schüssel voll duftender Knödel. Der Vater aber überlegte hin und her, wie man die zwei Stacheln, welche die Bienen zurückgelassen, wieder herausziehen und dadurch helfen möchte. Da der Schmied im Dorfe der Gescheiteste ist, so führt der Vater den Peterl und das Hansal zu ihm. Der Schmied aber ist ein reservierter Mann, packt die Bienenstachel gleich mit der großen Zange und zieht sie auch wirklich glücklich heraus. Jetzt war allerdings die Hauptsache geschehen, allein die Wunden, welche die Stacheln hinterlassen, mussten erst verheilt werden, und da musste der Bader, Dr. Bauxel, kommen und auf jede Nase ein großes Pflaster legen. Damit sind die zwei drei Wochen im Bett gelegen, bis die Sache wieder gut war. Endlich aber sind sie wieder gesund geworden und haben vor einer großen Schüssel voll Knödel feierlich gelobt, nie mehr zu einem Bienenstock zu gehen. Und das sollen sich alle Kinder merken, denn die Bienen stechen noch alle Tage und nicht immer ist ein so reservierter Mann wie der Schmied bei der Hand, der von den Folgen des Naschens helfen kann. Dr.geb